Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr die YouTube Dislikes ganz schnell wieder zurückbekommen könnt. Und zwar geht ihr da auf diese Website, die ich euch in der Beschreibung verlinke. Dann wählt ihr euren Browser aus, in dem Fall benutze ich jetzt Opera. Und dann geht ihr einfach auf hinzufügen, Erweiterung hinzufügen. Und das war's schon. So schnell geht's. Wenn wir jetzt auf ein YouTube Video gehen, sehen wir, okay, ist noch nicht aktualisiert, aber jetzt aktualisieren wir den Tab mal. Und dann sehen wir hier wieder die Dislikes. Allerdings muss man dazu sagen, es disliken natürlich trotzdem jetzt wenige Leute, wenn man die Dislikes nicht sieht. Das heißt, ganz wie früher ist es nicht, aber ihr seht es zumindest wieder. Ja, ich hoffe ich konnte euch helfen. Wenn ja, würde ich mich über jede positive Bewertung freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao.